Wir sind immer noch mit dem Buch Und wir sind jetzt bei der 23. Lektion Und hier haben wir wieder einen Vers oder einen Text Und wir machen immer noch weiter mit dem Memnu Minasar Der Lehrer sagt Wer bist du, oh Bruder? Oh, mein Bruder Ich bin ein neuer Student Wie heißt du? Oder was ist dein Name? Und hier merkt man wieder dass Ahmed auf gebogen wird Und deswegen ist es Memnu Minasar Woher kommst du? Ich komme aus Pakistan Ich habe sieben Hefte Wem gehört sie? Abbas Hat ist sowas wie Gib mir Das ist meins Und das gehört Mohammed Und das gehört Hamid Hier achten wir Eigentlich müsste es Ibrahimi sein Aber weil es Memnu Minasar ist Und der Grund ist dass es ein nicht arabisches Wort ist Haben wir ein Fetha gegeben Also anstatt Kessera müssen wir immer Fetha geben Hier genauso Warum? Weil es auf gewogen wird Weil es nicht arabisches Wort ist Weil es ein männliches Name ist Namenswort ist Aber in der weiblichen Form wegen der Jetzt El-Moderich sagt Ist das dein Buch O Mohammed Nein Das ist das Buch von Hamza Und hier genauso Hamzata Und nicht Hamzati Weil eigentlich es ist immer noch Aber es ist Memnu Minasar Deswegen nicht Hamzati Sondern Hamzata El-Moderich Aina Ali Ya Ikhwanu Wo ist Ali O Brüder Hamid Zahaba Ila Riyadi Er ist nach Riyad gegangen El-Moderich Wa Aina Yaqubu Und wo ist Yaqub Hamid Zahaba Ila Mekkata Und Mekka ist auch ein Nicht-arabisches Wort Und deswegen haben wir das dann hier Also haben wir auch kein Kessler gegeben Jetzt gehen wir zur nächsten Seite El-Moderri Jetzt gehen wir zu den Tamarin Und Mekkata ist nicht weil es ein nicht-arabisches Wort ist Tut mir leid Weil es ein weibliches Wort ist Weil es am Ende Tamar Buta hat Okay Jetzt Tamar El-Amsele El-Ati Wir sollen die Beispiele gucken Und hier haben wir Mohammedun Min Mohammedin Das ist eigentlich das was wir schon gelernt haben Das ist ein Mejur Dass wenn eine Präposition kommt wie Min Dass wir dann am Ende In sagen oder I Je nachdem ob es bestimmt ist oder nicht bestimmt ist Min Mohammedin Also das sind die Gründe Das sind einige Gründe warum das Wort Kesra bekommt Von Mohammed Zu Mohammed Gehört Mohammed Und das Buch von Mohammed Bei Zeynab Weil Zeynab jetzt weil es weibliches Wort ist haben wir das anders Min Zeynab Und nicht Min Zeynab Ila Zeynaba Li Zeynaba Kitabu Zeynaba Und mit allen anderen ist das genauso Jetzt gehen wir zu den Aufgaben Lies und schreib Hüseyin Kannst du lesen Ja Hathal Kitabu Li Muhammadin Wathalika Li Zeynaba Genau Weiter Ja Zahaba Khalidun Ila Ahmadin Ila Ila Ahmadi Ila Ahmadi Ila Ahmada Jod Ja Ja Ich glaube Jodda Timan Jodda Ich glaube Jodda Okay Ahm 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 Marwan weil das ist ja sowieso eine Eigenschaft. Genau. Aber ist Marwan nicht ein Menschennamen? Okay, aber Marida ist für die Schwester. Die Schwester von Marwan ist krank. Ach so, okay. Diese Sachen, die kommen auch öfters im Koran vor. Deswegen ändern sich manchmal einige Urteile wegen dieser Sache, weil man die Eigenschaft nicht versteht, für wem gehört das. Also hier erkennt man das schon, aber im Koran gibt es einige Stellen, wo man das nicht erkennen kann, richtig? Ja. Okay, Nummer 5. Eine Zau 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 Ja. Khadijata Genau, richtig. Hua fi London. Und London, sagen wir Londoni oder Londoner? Londoner. Genau. Londoner. Weil es eigentlich auch so hat es. Genau. Sehera 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 Hamidin Jadeedatin Wassehera Jadeed Gatassu Hamid Jadeedatun Jadidatun Tun Sayaratu Hamidin Ah sorry Sayaratu Hamidin Jadidatun Was Sayaratu Ibrahima Qadimatun Genau Baytu Khalidin Kabirun Wabaytu Usama Ta Sagirun Genau richtig Jetzt gehen wir zu der nächsten Seite Aina Aina zahaba Aina zahaba Abu Kayalayla Zahab Bu Ila Steht da Zahabu Aina zahaba Aina zahaba Aina zahaba Aina zahaba Aina zahaba Aina zahaba Ok zahaba Zahaba ila Baghdadi Ila Baghda Da Baghdada Genau Ba Ba Baghdad Das war ja frühe Faris So So Mezopotamik Okay Number 9 Aina zahaba Aber gehört es nicht auch zu diesem Ähm Wie heißt es nochmal Aina zahaba Genau Aber hier Hat es ja kein Keseram Das ist ganz normal Dama Achso du meinst weil es hier kein Mudaw vielleicht wird Genau richtig Ja Also weil es sozusagen hier normal steht und nicht bestimmt oder sowas Genau Also dir Man muss ja achten Beim Memnuminas Sarf muss man zwei Sachen achten Es kriegt kein Tenuin Okay Dann Genau du hast richtig gemacht Für Istanbuler Masajidu Weil es Memnuminas Sarf ist und kein Tenuin bekommen kann Kethiratun Genau Okay Nummer 10 Kethiratun oder Kethiratun Hier Kethiratun weil das hat das gehört nicht zum Memnuminas Sarf Aber gehört das nicht zum Masajidu? Dann ist es doch auch Nee Das darf man nicht vermischen Also Masajid weil es auf dem Mafa'in ist Aber Kethiratun Man sagt nicht weil es eine Eigenschaft ist Machen wir das jetzt auch zu meinem Memnuminas Sarf Achso okay Okay Aber ansonsten ist ja so dass Adjektiv wir das gleiche kriegen was das Nom davor kriegt im Normalfall Ja genau Außer beim Ja genau Eigengleich Okay Okay Äh Indi Was 5 Achso Äh Indi 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 7 5 5 5 Genau, richtig. Und Mafatihah und nicht Mafatihahn, weil es Memnun mit Nassar fast. Genau, genau. Okay, Nummer 11. Al-Ka'batu Fii Makkata. Super, 12. Fii Hadasch. Fii Hadaschari'u? Nein, Hada und As-Sharia ist das gleiche, also du kannst das benutzen und das benutzen. Das bedeutet, As-Sharia ist hier bedan. Fii Hadaschari'i? Genau. Thalathatu? Mhm. Es war dann Kessra, oder? Fetha. Masajida. Genau. Ach so, As-Sharia. No, stimmt. Masajida. Mhm. Jetzt Nummer 13. Hada Tabibu Ismuhu Wilyama Wie meinst du? Wilyama und nicht Mâ, sondern William Ulyamu Aber Ismuhu ist doch Dings, oder nicht? Okay, Ismuhu, Ulyamu, also Ism ist der Mubtada. Aber der wurde verschoben, also er müsste eigentlich vorne stehen. Ismuhu Hada Tabibi. Okay? Ja. Jetzt Ismuhu Wilyama Das ist eigentlich der ganze Satz, der Hauptsatz. Wilyama ist dann Khabar. Und wir haben ja gelernt, dass Mubtada und Khabar beide kommen zusammen. Ja, schau. Ismuhu Wilyama 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 und er ist von Paris Nein, er ist von Paris Sie sind von Paris und von Paris, das kommt noch öfters durch einander jetzt Luiz, sagen wir Luiz Su oder Luisa oder Luisi Luiz Su Su, genau Luiz Su oder Su oder Si Luiz Su Genau, super Nummer 14 Sejarati Lu Was steht da? Luiz Su Luiz Su bedeutet Farbe Farbe Du know, Lauen bedeutet Farbe Luiz Su Luiz Su Ähm Ach Darun Nein, Achdaarino oder? Achdaar gehört zu dem nomenen Saarf weil es auf A-fahl ist Okay, dann Aber die Frage ist jetzt, gehört Achdaar zu Farbe oder zum Auto? Also Ihre Farbe ist grün Dann Läuun haa akhtari, oder? Nein, akhtari, akhtaro Ist ja khabar Kann akhtaru, ja Akhtaru, genau Jetzt Nummer 15 Ah, ich tumke, wenn ich das so gesagt habe Ah, ich tumke, wenn ich das so gesagt habe Das weiße Haus ist in Washington Ja, aber Müsste es nicht eigentlich Washington heißen? Das wollte ich gerade sagen Aber, nee, ich meine, weil hier ist ein Damm Ganz kurz, ich gucke mal im Zoom Nummer 16 Achso Ja, das hat man falsch gemacht Also man hat es in der neuen Aufklage korrigiert Und dann Feth hergegeben Okay Okay, dann habe ich das verstanden Zaheba Ahmadu Ila Muhammadin Genau Zaheba Muhammadun Ila Ahmada Genau, richtig Zaheba Muhammadun Zaheba Muhammadun Zaheba Muhammadun Frau Libertun Frau Libertun Frau Libertun Frau Libertun Für die deutschen Brüder Hier in Kairo gibt es einige Brüder, die kommen aus Deutschland Und da gab es zum Beispiel eine Geschichte, wo ein Lehrer sehr viele Fehler gemacht hat Und obwohl er eigentlich schon mehrere Jahre unterrichtet Und der konnte sich nicht aushalten Weil er liebt es ja, diese Perfektion Ist ja von Deutschland Und der hat ihn dann gefragt So, wie viele Jahre schon gibst du Unterrichte Hat er gesagt, so und so viel Also mehr als drei, glaube ich Und der hat ihn dann richtig fertig gemacht So, wie kannst du solche Fehler machen Und ich werde dich beklagen Und hat ihn auch wirklich beklagt und alles Also das wollte ich gerade sagen Wegen den Fehlern, die hier gemacht werden im Buch Oder sei es auch bei mir Als erstes, ich mache ja den Unterricht zum ersten Mal Und dass wir sowas machen, ist schon eigentlich der Anfang Weil es gibt ja immer diese Leute, die erfinden etwas Und die Leute, die perfektionieren etwas Meistens ist es beim Anfang immer so schwer, es zu perfektionieren Und deswegen bei jeder Sache Auch beim Schreiben der Bücher Die aus den Schriftrollen geschrieben werden Da passieren richtig fatale Fehler Also da wird von Halal zu Haram gemacht Von Halal zu Haram gemacht meistens Oder vielmaler Und das ist eben ein Fehler Das man eigentlich vergeben sollte Weil diese Leute haben etwas gemacht Was andere überhaupt nicht schaffen können Und dann kommen dann eben die Leute Die das eben perfektionieren Indem sie das unterrichten Und dann diese Fehler wieder auffinden Und das korrigieren Und das Buch dann eben verbessern Das so als Zwischen Klammern Jetzt gehen wir zur Aufgabe 3 Hier müssen wir die Namen Oder die Wörter lesen Und eben wissen, welchen Memnomen das Zorf ist oder nicht Fang mal an bitte Aminat 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 Pakistanu. Likhadi Jata. Genau. Londoner. Londonu. Londonu? Ja, weil es ja ganz normal ist. Genau, Londonu. Londonu oder Londonu? Also je nachdem, also eigentlich, wenn man es vom englischen direkt hört, sagt man ja Landen und dann muss es Landenu sein. Also beim Arabisch ist es sowieso okay. Okay, dann Londonu halt. Okay. Ilha Baghdada. Istanbulu. Makkata. Genau. Fimakata. Genau. Und Jiddatu oder Joddatu. Okay. Das war die Leiter. Achso, okay. Weil bei mir ist es ganz anders. Masajidu. Mhm. Fimadarisa. Genau. Ja, gububu. Mhm. Li ishaqa. Genau. Also, mu'awiyatu. Mhm. Min mu'awiyata. Genau. Li'aishata. Mhm. Aishatu. Genau. Muhammadun. Khalidun. Min'abbasun. 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 Genau. Nu'amanu. 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 Ist es kein Arabischer Name? Weil es fu'allanust wie Othman. Ah, okay. Ja, stimmt. Und Hamidun steht hier nochmal. Genau, richtig. Okay. Bei der letzten Aufgabe steht da Oktober Min'abbasun. 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 schreibt die Zahlen von drei bis zehn. Waj'al kullam min'al kalimat l'atiyah ma'adudan l'aha. Also, du solltest als ma'adud benutzen. Was musst du machen? Also, in der neuen Aufklage hat man ein Beispiel geschrieben und zwar wie Masjid sagst du zum Beispiel drei Moscheen. Dann sagst du falafatu masajida und bei funduk zum Beispiel wird ja plural fanadiq dann sagst du arba'atu fanadiqa Kannst du mal ich glaube es war irgendwie offline oder sowas. Okay, nochmal. Zum Beispiel bei Masjid sagst du dann drei Moscheen also salafatu masajida Okay. Und dann immer hochgehen oder? Drei, vier, fünf, sechs Seiten. Genau, also eigentlich müsste man für jedes Wort immer so von drei bis zehn machen, aber wir machen das kurz gefasst, also für jedes Wort eben eine Nummer. Okay. Und bei funduk hat man dann eben ein Beispiel gegeben arba'atu fanadiqa Jetzt fangen wir mit min-dil an. Min-dil Plural ist manadil. Genau. schamsat manadilu. 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 Genau. Mifteah, Ism Fatiha Sittatu, Mafatiha You know, Sadiq, As-Diqa Sama'atu As-Diqa You know, Zameel, Zumala Thamaniyatu, Zumala You know, Kursi, Karasi Tisatu, Karasiya You know, Madrasatu, Madarisu Du musst achten, Medresa ist weiblich. Genau, Asheru. Du musst achten, Medresa ist weiblich. Du musst achten, Medresa ist weiblich. Ach so, das stimmt. Okay, Dariqa, Dariqa. Jetzt wieder mit drei oder? Kannst du drei machen oder zehn, ist kein Problem. Okay, dann mache ich zehn. Warte, Asheratul. Hier genauso, weiblich. Ach so, das ist auch weiblich. Asheru, Dariqa, Iqa. Asheru, Dariqa, Iqa. Okay. So, damit sind wir mit dem Buch fertig. Es ist schön, wenn wir nach jedem Buch oder nachdem wir ein Buch fertig machen, Dua machen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, wir danken dich für das, was du uns gegeben hast. Und wir danken dir, dass du uns den Erfolg gegeben hast, dass wir dieses Buch beenden könnten. Wir bitten dich, dass wir dieses Wissen ins Gute nutzen oder fürs Gute nutzen und damit wir das Schlechte schließen können. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Einerleirahim.